Als gute Alternative für lange Hantelrudern kann man das auch mit Kurzhanteln machen. Und zwar Kurzhantelrudern vorgebeugt. Das zeige ich euch gleich. Ihr seht mich gleich wieder, wenn ich die Kurzhantel in der Hand habe. So, jetzt habe ich mir die Kurzhantel in der Hand genommen und werde gleich die seitlich ausführen. Und zwar, das ist im Grunde wie ein ganz normales Rudern, bloß dass ihr es parallel zum Körper macht. Beugt euch leicht nach vorne, und zieht dann so rein. Der Vorteil ist, ihr zieht wieder zur Hosentasche, hängt voll aus und dann zieht er richtig rein. Man kann es leider nicht mit dem Unterhandgriff machen, also Überhandgriff oder Unterhandgriff, weil so kommt ihr nicht richtig rein in die Übung. Es wäre tendenziell besser, wenn er, wie gesagt, das parallel macht zum Körper. Leicht in die Beuge gehen, vorgebeugt nach unten und am Oberschenkel entlang Richtung Hosentasche ziehen. Beim Aushängen nach vorne. Nicht darauf achten, dass der Nacken nach vorne geht, sondern drückt die Brust raus. Das ist eine schöne Übung, um den breiten Rückenmuskel nochmal auszustretchen und schön in die Tiefe zu kommen, für den Latissimus-Ansatz. Am Ende wichtig, beugt euch nicht zu sehr nach vorne. Macht nicht den Buckel nach vorne, drückt die Brust raus, versucht die Kurzhanteln parallel zu führen, sodass der Ellbogen Richtung Hosentasche zielt. Und dann habt ihr schon die maximale Kontraktion und könnt den Rücken gut austrainieren. Probiert es mal aus. Lasst uns gerne wissen, welche Übung ihr macht. Und das war's.